Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Böse Daily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 17. Dezember. Gut, starten wir gleich mit dem Tagesschart vom Vortag. Wir sind weiterhin im Long-Modus, der Kreis ist weiterhin blau, da hat sich noch kein Farbenwechsel ergeben. Wir konnten am Vortag um 0,94% auf 13.407 Punkte ansteigen und damit die Marke von 13.400 Punkten zurückerobern. Wir sind ja am Freitag zunächst sehr hoch in den Handel gestartet, dann aber kräftig abgesackt und im Bereich von 13.280 Punkten dann aus dem Handel gegangen und konnten am Vortag, dann am Montag direkt mit einem Gap-Up in den Handel wieder starten in der neuen Handelswoche und zeigen damit weiterhin Stärke im DAX und befinden uns nun hier wieder über der roten Markierungslinie im Tagesschart bei 13.407 Punkten. Die Dynamik ist aber hier sehr dünn geworden, sehr schwach geworden über 13.400, da ist dann nicht mehr viel geschehen. Die nächste Anlaufmarke wäre nun über 13.400 bei 13.450 Punkten und über 13.450 Punkten dürfte der DAX dann direkt Kurs nehmen auf das Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten. Für den heutigen Dienstag ergibt sich damit der Short-Bereich zwischen 13.400 und 13.450 Punkten und der Long-Bereich dann zwischen 13.82 und 13.320 Punkten. Gut, machen wir dann weiter mit dem Wochenchart. Im Wochenchart nehmen wir langsam Kurs auf die rote Markierungslinie bei 13.600 Punkten. Das wäre im großen Bild, also im Wochenchart die nächste Anlaufmarke nach oben und die gilt, solange wir uns im Wochenchart über 13.150 Punkten aufhalten, also über der hellgrünen Markierungslinie hier. Das war ja auch hier zunächst einmal in den Vorwochen eine Unterstützung, die man hier an den Kerzenkörpern erkennen kann und bei den Kerzenlunden dann nach unten, bei den Dorten oder Schatten haben wir dann die jeweiligen Tiefpunkte im Bereich der dunkelgrünen Markierungslinie hier im Bereich um 12.900 Punkte ungefähr markiert. In der Regel ist es so, dass eine Markierungslinie, die nach oben durchbrochen wird, dann als nächste Anlaufmarke die nächsthöhere Markierungslinie hat und sollte eine Markierungslinie nach unten durchbrochen werden, dann dürfte die nächst tiefere Markierungslinie angelaufen werden. Dann noch ein Blick auf den Monatschart. Da nähern wir uns nun, wie schon am Vortag erwähnt, dem oberen Fibonacci-Faker. Ein langereger Fibonacci-Faker mit dem Ursprung im Jahr 2003, der in den vergangenen 15 Jahren, 16 Jahren knapp die Hoch- und Tiefpunkte gut eingefangen hat und in diesem Bereich hier rechne ich eher mit einem Trendwechsel, also mit einem Kursrückgang und einem erneuten Richtungswechsel nach unten. Ich glaube nicht, dass der DAX noch die Kraft hat, dann hier weiter nach oben anzusteigen und dann auch langfristig diese Steigung dieses Fibonacci-Fakers dann nach oben zu überbieten und eine höhere Steigung dann einzunehmen, wie dieser Fibonacci-Faker aktuell aufweist. Gut, dann wären wir wieder durch für heute. Ich melde mich dann am morgigen Mittwoch wieder mit dem ING Markets Morning Call. Wir sind aktuell im Trendindikator, im Aufwärtstrend. Der Kreis ist weiterhin blau. Sollte der auf Rot drehen, werde ich das dann direkt im Kommentarbereich mitteilen. Aktuell ist weiterhin von steigenden Kursen auszugehen. Die nächste Anlaufmarke im DAX liegt nun bei 13.450 Punkten. Viel Erfolg im heutigen Handel und bis morgen.